heyo leute neues video warum auch immer jetzt krass der von der arbeit kurz im baumarkt neue dichtung holen für dusche so so dichtungsleiste für tür gucken ob ich den scheiß finde die lacht sich ein kaputt wegen dem kack dann später noch einkaufen ein paar sachen wo denn markauf erst zu mir schmeiße ich leider weiß sondern unsere klamotten alles gefunden bisschen mehr gekauft als eigentlich geplant war jetzt noch ein bisschen was phrasen phrasen futtern ja phrasen phrasen und dann heißt es wieder arbeiten den scheiß fertig machen ja 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 und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020